Heute geht es mal darum, wie ein Design aussehen könnte, mit dem man so eine Motorhaube von einem Auto gestaltet. Also irgendwie sowas ähnliches wie das hier. Ich habe also hier oben eine Fläche, die Motorhaube. Ich habe hier von vorn und hier habe ich den Kotflügel, die Seite dran. Und hier oben möchte ich halt ein paar Lampen einbringen, also so ein Rohr draufsetzen oder ein Rohr nach innen führen. Und wie gehe ich bei dieser ganzen Geschichte vor? Und da schalte ich jetzt erstmal alles mögliche aus. Und wie würde ich anfangen? Also ich fange erstmal an mit einer Datenebene, in der ich so das grobe Gerüst von der Motorhaube draufsetze. Das ist natürlich hier ein schiefes Auto, das soll ja auch nicht gebaut werden. Und dann setze ich dort hier einige schräge Ebenen dazu, wo ich dann Profile reinlege, Sketche. Die liegen jetzt so im Raum drin. Ich habe dann hier unten auch nochmal eine nach unten, damit ich hier den Kotflügel ran bekomme. Das sind also meine Ausgangsdaten, um die Freiformflächen darzustellen. Und die Sketche, die werden jetzt alle überführt erstmal in Bessier-Kurven. Das sind jetzt die hier. Hier auch noch ein paar. Ich blende die Sketche aus. Und ich blende die Hilfsebenen aus. So, und diese ganzen Kurven, die hängen jetzt zunächst erstmal ganz wichtig an diesem Stütz-Sketch, an dem hier. Der bestimmt ja die Grundmaße von der Motorhaube. Gut, und wie geht es jetzt weiter? Der nächste Schritt ist jetzt, dass aus diesen Kurven hier ein Produkt-Face erstellt wird. Das sieht jetzt so aus. Das ist dann schon mal die Motorhaube. Und wenn man hier eben noch zusätzlich hier mal noch eine Kurve ran bringt, die hier unten, dann kann man sagen, ich kann die Kante mit der verbinden. Und dann bekomme ich hier vorne den Kühler ran. Wenn der komplizierter sein soll, muss ich halt ein Sketch mehr machen. Und bei dem Kotflügel muss ich jetzt diese Rundung auch nach außen ableiten. Und dann entsteht sowas. Und das passt dann auch alles hier halbwegs zusammen. Ich habe das natürlich wieder mal ganz schnell gemacht. Aber wenn die Punkte genau matchen, passt das zusammen. Und man kann sich hier jetzt auch einfach mal ein Sketch suchen. Da ist jetzt einer da. Und wenn ich den halt jetzt... Oh klar. Wenn ich den ändere, dann geht der betroffene Teil also mit. Ich könnte hier ein bisschen mehr auswölben und ich könnte das noch unten ziehen. Und dann gehen die beiden betroffenen Flächen mit. Und genauso gut wäre es eben hier beim Kotflügel auch. Ich brauche den Sketch, der hier seitlich rausgeht. Und dann kann ich eben den auch rausziehen oder ich kann den mehr ans Auto ran schmiegen. Das sind ganz einfache Flächen mit zwei oder drei Sketchen als Datengerüst. Gut. Wie geht es jetzt weiter? Aus diesem Produktphase, was wir hier haben, muss ich jetzt mal zusätzlich noch ein paar... Pole oder Knoten einfügen, damit ich das dann später aufteilen kann. Und das wäre dann ungefähr dieses Bild so. Das heißt, ich habe hier vorne schon mal Bereiche vorbereitet, wo die Scheinwerfer eingebaut werden sollen. Ich mache den Rest hier mal aus. Den brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Das ist also der nächste Schritt. Und dann geht es weiter. Das versuchen wir haben eben jetzt hier zwei Zellen, A und B. Und in diese beiden Zellen soll was eingesetzt werden. Und dafür habe ich ein Werkzeug, das hätte ich auch schon mal gehabt bei der D-Kanne wohl. Also ein Loch in eine Fläche einsetzen. Und das ist ein parametrisches Objekt. Das sieht so aus. In die eine Richtung. Und hier unten sehe ich jetzt also die Fläche. Die muss natürlich in dem Fall weg. Da brauche ich eine Aussparung, damit ich diesen Scheinwerfer einsetzen kann. Ich kann allerdings auch bei dem anderen Scheinwerfer den einfach hier unter dem Glas drunter liegen lassen. Also hier oben habe ich noch die Glasfläche. Und hier unten drin ist dann der Einsatz für den Scheinwerfer drin. Und ich habe den Verlauf, der hier reingeht. Und ich blende mal jetzt die Zelle aus und blende dafür die Grits ein. Dann sieht man, wie das ganze Ding jetzt insgesamt aussieht. So laufen die Kontrollkurven für diese Objekte. Und wenn ich dann einfach meine Zellen alle noch einschalte, dann ergibt sich dieses Bild. So, die Zelle muss ich ausschalten, weil hier das Material sich durchschneiden würde. Der Rest ist aber soweit gültig. Und so sieht es aus. Und man kann jetzt einfach mal den Verlauf sich auch mit den Maps anschauen. Ja, das stört natürlich immer ein bisschen. Dann hätten wir diesen Verlauf. So, was ist jetzt das Besondere noch an den Löchern, an diesen Lochobjekten? Also, ein Lochobjekt. Wir nehmen mal das erste. Das zweite blende ich aus. Ich blende jetzt auch mal die Zellen aus und die Maps aus und die Grits aus, so dass wir nur dieses Objekt haben. Was ist jetzt das Besondere da dran? Das Grit lasse ich mal noch stehen. Ich habe dort zunächst erstmal einen Parameter Location. und der hat die Eigenschaft, dass ich jetzt diesen Ring, der hier drin ist, also in der Zelle verschieben kann. Ich könnte also zum Beispiel sagen, ich ändere jetzt hier den x-Wert und da wandert der nach vorne oder nach hinten. Und so könnte ich den eben also auch in das Material hinten reinschieben. Ich kann ihn auch nach oben ziehen. So, das ist auch da und ich habe einen Radius und kann damit einstellen, wie groß diese Öffnung sein soll. Und ich habe die Möglichkeit, hier diesen Aufsatz, die Länge von diesem Aufsatz zu verändern. Wenn ich da so großen Kanonenrohr draus erzeuge, müsste ich den dann vielleicht hier im x-Wert wieder ein bisschen zurücknehmen. Und dann ergeben sich natürlich hier drin auch gewisse Faltungen, die dann bis in den unbrauchbaren Bereich hineingehen kann. Das gleiche Spiel haben wir auch für das andere Objekt. Also hier drüben. Schauen wir uns das mal. Ich blende das mal aus. Hier geht es noch innen rein und der Unterschied bei dem zweiten ist, dass hier die x-Koordinate negativ ist und auch die Höhe hier ist negativ. Das heißt, wenn ich hier bei Height minus 4 eingebe, dann geht dieser Wulst nach innen. Wenn ich hier ein plus 4 eingebe, dann geht er in diese Richtung raus, wobei das natürlich hier Schwachsinn ist, weil da würde das Blech sich selbst durchdringen. Aber prinzipiell geht es. Man muss einfach mal gucken, welche Möglichkeiten man jetzt da im Einzelnen braucht. Und ich könnte da halt hier auch jetzt auch nicht lang da mal richtig zu und mache da einen Schlauch nach hinten rein. So, und dann habe ich also einen Übergang von der Freiformfläche hier noch innen in das Objekt hinein. Dieses Objekt, was man hier hat, könnte man jetzt auch sagen, ich möchte gern noch die Deckflächen auch mithaben, also Endflächen. Setze ich mal auf Ja. Und dann rechnet er mir diese Endflächen aus. Die haben jetzt alle da und ich könnte sagen, die drei Flächen, aus denen erzeuge ich dann einfach mal ein Solid. So, ich habe die Aufnahme mal unterbrochen und habe diesen Solid mal erzeugt. Das ist jetzt ein bisschen friemelei. Da könnte man auch mal ein Skript noch dazu machen. Aber wir haben jetzt hier einfach ein Solid. Und dann ist ja immer die Frage, tut das Teil jetzt überhaupt? Und da habe ich jetzt mal hier ein Part, einfach ein Zylinder da und sauche jetzt einfach Solid und Zylinder und Subtraktion. Und dann sieht man, dieses Teil ist brauchbar. Man kann also hier ganz normal im Part weiterarbeiten. Inwieweit jetzt ein paar Design hier auch Löcher reinbohrt, das muss man dann mal im Einzelnen ausprobieren. Aber wichtig ist erstmal, dass ich die Fläche habe und dass ich aus dieser Fläche also auch in den restlichen Bereichen hier, wo das abschließt, Flächen erzeugen kann, die ich andocken kann und die ich dann als Volumenkörper weiter bearbeiten kann. So,